Die Viper TCX-Serie ist ideal für die Notfallmedizin geeignet. Vielseitig einsetzbar, sehr stabil und trotzdem leicht und handlich. Das Material besteht aus RockTab 680 und RockTab 210, das sich durch Robustheit und durch eine glatte Oberfläche auszeichnet. Zusammen mit dem flexiblen TCX-Magnetsystem ist die Reinigung und Desinfektion besonders leicht. Die Viper-Produkte werden häufig in der bodengebundenen Rettung eingesetzt, finden aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Flugrettung, ihre Verwendung. Die Viper-Serie ist in verschiedenen Farben erhältlich. Alle Modelle in Fiery Red und Sapphire Blue und die Viper 26 TCX sowie Viper 17V Plus TCX zusätzlich in Brilliant Yellow. Das Volumen bewegt sich zwischen 36 und 56 Liter. Trotz ihrer Robustheit sind die Rucksäcke sehr leicht. Die Abmessungen des Viper 17V Plus TCX, 26 TCX und 34 TCX entsprechen denen der Ulmer Koffer 1 bis 3. Der Rucksack besitzt einen glatten, leicht zu reinigenden Rücken mit ebenfalls stabilen, anatomisch geschnittenen Schultergurten, die sich mithilfe der robusten Duraflex-Schließen ganz einfach verstellen lassen und auch abgenommen bzw. ausgetauscht werden können. Bei Bedarf können diese auch verstaut werden. Die Ecken und Kanten des Rucksacks sind mit dem ausgesprochen soliden Hyperlohn geschützt. Um zusätzlich die Reißverschlüsse zu schützen, ist die komplette untere Seite durch einen innovativen und austauschbaren Schutz geschützt. Individualität und Personalisierung ist uns wichtig. Das individuelle Kennzeichnungssystem IKS erlaubt es unseren Kunden, die Produkte schnell und einfach zu kennzeichnen und zu personalisieren, indem die Front individuell beschriftet oder mit dem Logo der jeweiligen Institution versehen werden kann. Auf der Seite und oben befindet sich jeweils ein äußerst stabiler Tragegriff. Stabil genug, um den Rucksack an eine Winde oder ein Tau zu hängen. Dies wurde mit einem extremen Stresstest geprüft. Sichtbarkeit ist Sicherheit. Reflektoren auf allen Seiten begünstigen die Sichtbarkeit bei Einsätzen. So sind Personen auch bei Einsätzen in der Dunkelheit sichtbar. Die Reißverschlüsse der Firma YKK sind von ausgezeichneter Qualität und sehr robust, um schnelle Handlungen in Stresssituationen zu ermöglichen, ohne dabei den Reißverschluss zu beschädigen. Die Viper-Serie besitzt ein grosses Hauptfach mit viel Platz für eine individuelle Innenausstattung. An der Vorderseite befindet sich ein zusätzliches, flaches Fach, das Platz für beispielsweise ein Stiffneck bietet. Das Innenfutter aus Rocktab 210 ist glatt und somit einfach und schnell zu reinigen. Die Metallteile des Magnethaltesystems sind versteckt verarbeitet. Die Paarung aus Dauer- und weichmagnetischem Material ist zuverlässig und sorgt für eine starke Haltekraft der Magnete. Zur Standard-Innenausstattung der Viper-Serie gehören hochwertige Innentaschen mit einem Doppelzip für schnellen Zugang und verstellbaren Innentrennwänden. Da die Innentaschen mit Magneten versehen sind, ist nicht nur eine einfache Reinigung und Desinfektion möglich, sondern auch eine flexible Bestückung. Sie sind herausnehmbar, austauschbar, ergänzbar und frei platzierbar, je nach den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden. Das medizinische Material ist hervorragend geschützt. Die Innentaschen bieten genug Platz, um die Anordnung je nach Einsatzart sinnvoll zu gestalten und bieten eine hervorragende Übersicht. Jeder Ausrüstungsteil kann schnell und ohne Suchen gefunden werden. Neben der Standard-Ausstattung gibt es beispielsweise auch eine sauerstoffspezifische Bestückung, die eine Sauerstoffflaschenhalterung beinhaltet. Das einfache Herausnehmen und Austauschen von Innentaschen macht eine individuelle Bestückung mühelos und unkompliziert möglich. Rocksnake – Ihr kompetenter Partner in der Notfallmedizin, in der bodengebundenen Rettung und in der Berg- und Flugrettung.